Stehst du Diensten? Mythos Feierfort! Das rote Haar zeugt immer von einem rieter Fuchsel und durchdrebenen Gemüt! Ja, grüß dich Gott! Wahlverwandtes Wesen! Gehorsaußendienerin, schöner Herr! Ich finde, dass ich schön bin! Erlaubst du mir eine Bemerkung? Das kann in vielen sehr hinderlich sein! Der Talismann hat gesagt Glücksbringer! Also nein, diese Schwärze, das ist ganz italienisch! Ja, 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 ja! Das geht schon fast ins Zizianische hinüber! Ist erlaublich? Nein, nein, das ist aber okay! Oh Gott! Den gnädigen Herrn, die mir das spüren wollte, der aufgeblasene Dackel, die mir aus dem Zähne zu in der Luara! Seine blonden Locken zeigen ein Apostelverwandtes Geld! Und ich sage... Mama! Er ist nicht schwarz und ist auch nicht blond! Was? Denn, Herr Frieser! Dich haben dann ja... was Definitely Dia? Was? Puh, Puh. Und ich sage, ... und holl. BLOM! Sch prec Kane. Vielen Dank.